Jetzt geht's los. Was soll ich machen? Ich sag doch, das hilft. Okay, schallgedämpfte Pistole, Leute. Ja, wir spielen Payday, glaube ich. Ach ja, genau. Jean Dobre, meine Fans. Ja, oben rechtet ihr das Spiel. Ja, ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Ja, komm, hau mal eins raus. Wir haben alle große Schwänze, aber das wisst ihr ja alle. Oh Gott, habt ihr keine Medik-Bags? Ich hab einen Medik-Bag. Ich hab noch keinen Medik-Bag. Ja, Nick, hast du einen Medik-Bag? Ja. Nimm es! Also, ich hab Aggressor, also hast du was anderes? Ja. Dann hab ich zusätzliche Kabelbinder, Arzttasche, Brennerverhalten. Soll ich die Mark oder die Lokomotive nehmen? Ich weiß egal. Mit der Mark kannst du auch noch Kameras abknallen, wenn du willst. Ja, das brauch ich nicht. Ich hab Loob-Loob als Crew-Bonus. Obwohl ich, wenn ich die Mark nehme, könnte ich natürlich meine coole Crosskill nennen. Äh, Yannick, wieso hast du keinen Crew-Bonus? Weil, Yannick, äh, Mittell-Level-less. Du hast den nur für die ersten drei Level oder so. Ach so, das ist so doof. Dann geht's doch los, oder? Ich muss noch auch bereit machen. Bin ich denn bereit, meine Freund? Ja, du bist bereit. Ja, bist du. Ja, sorry. Ich muss auch sagen, ich spiel's auf Englisch. Und ich hab mich auch. Ja, du spiel's auf Englisch besser. Mann. Du hast auf alles Englisch außer das Raum gegeben. In Deutsch sagen die dann... Du brichst ja ab! Ja, hahaha! Schnell! Machen wir den Plan! Jui! Das sagen die nicht. Die reden auch Englisch. Du doof! Ach so, ich dachte, das wär auf Deutsch. Dann ist ja scheiße. Nein, das ist Untertitel. Wieso stellt ihr denn auf Deutsch? Weil die Untertitel manchmal Deutsch sitzt. Und das Menü ist. Und das Menü ist das bei heute. Nee, also ich hab auch einen englischen Untertitel. Weil der Mission, aber nicht immer. Und Payday hat sich bei mir geschlossen. Bei mir nicht. Ja, bei mir ist auch schwarzer Bildschirm. Ja, nur schwarzer Bildschirm. Besten Dank, warum auch immer. Gut. Ich mach auf. Vernexten to the host, bin lost. Okay. Was geht los? Geht schon mal epic lost, ja? Ja, Mann. Enter, return to the menu. Okay, jetzt müsstest du nur noch Yannick einmal ordentlich abkacken und wir hätten jeden durch, ne? Ich bin schon... Ich bin immer noch drin. Ich bin noch drin. Ja, ich hab hier Connection to the host has been lost. Ja, das war, weil meins jetzt abgekackt ist. Das... Da... Soweit waren wir auch schon. Was ist ihr Yula? Ich hab eh den geilsten Anzug mit Christoph. Ja, allerdings. Den geilsten Schnurrbart. Na, darüber lässt sich streiten. Heiner, dann muss das mal aufnehmen. Meinen geilen Schnurrbartchen. Von Dallas. Real life oder nicht real life? Nicht real life. Also real life. Man steht. Heiner, du musst dir das... Obwohl, ne, gewöhnt dir das nicht ab. Das ist witzig. Was denn? Dieses geile... Dieses geile Grunz, ne? Mal beim Lachen. Das ist so... Fähig angeschrieben. Das kann ich jetzt aber leider nicht lesen. Du warst noch beim Quickskopen. Ja, Alter. Ja, Nick. Clowns Maske. Ganz links, Steve. Jenny, komm. Besonders, weil du noch so ein Verkacken warst, du Obernoob, ne? Moment, scheiße. Was meinst du, circa... Ach, warte, warte. Was meint ihr, wie lange nehmen wir schon auf? Äh, drei... Vielleicht zwei Minuten? Ja. Sagen wir fünf. Nein, sicherlich nicht. Dreimal? Sollen wir mal 20 oder 15 Minuten Teile machen? 20. Stamm. Ist das jetzt los? Neu gemacht, Heiner? Was? Hast du das neu gemacht? Nein, nein. Es läuft weiter. Ach stimmt, so setzt du ja gestimmt. 3,1 los, ne? Ja. Jetzt hätten wir eigentlich so ein dickes, äh... So Outtakes machen müssen, wo am Ende so diese Fels reinkommen. Ah, ich werde angerufen. Scheiße, die wandern. Von Roman! Roman! Ignorier das! Mach weiter, komm, los, komm! Mach los! Mach ready! Ja, komm, komm, der darf dabei sein. Der darf dabei sein. Dann kann er doch nur reden. Ja, aber der ist übelst zart. Dann haben wir eben einen Special Guest. Ja, ne, weil... Er ist der Chef der Konfi, der muss den anrufen. Ich, ach so, ja, ich mach das. Weil, ihr müsst wissen, Romans ist Roman. Romans Schwanz ist einfach geiler. Er ist schon drin. Ist einfach geiler als jede Felser. Alter! Ey, Roman! Mach Aldi! Jo, geh mal. Hat Heiner mir das gegen geschickt? Ja. Ja. Danke, Heiner. Nee, warte, noch nicht! Du musst ja erst meine Freundschafts-Anfrage annehmen. Ja, ich hab ihm... Verdammt. Upp, da ist heute noch was schwerer. Also, Roman... Jetzt bin ich wieder da. Ich war kurz raus, irgendwie. Also, nur in Skype. Weil du's nicht sehen kannst, weil wir leider schon voll sind. Ich schreib jetzt extra für dich Natilis vs. Natilis in den Chat. Natilis vs. Natilis. Was heißt das? Das ist ein Infile. Das ist nicht so cool und haben Infile. Okay, die Geschichte wird irgendwann anders mal erzählt. Ja, war noch anders. So, jetzt wär's nicht schlecht, wenn wir das Spiel schicken. Ich hab' ich gerade als Freund angenommen. Ich hab' gerade erst wieder Internet. Sonst hätte ich... Ich hab' gerade schlecht, weil müsste ich raustappen und dann hört die Aufnahme auf. Ja. Dann nach. So, hey. Mach' das nicht viel? Ja, wir sind letztes Play'n gerade und du bist unser Special Guest. Ja, wir sind letztes Play'n gerade und du bist unser Special Guest. Der zarte Roman. Ich bleib' wieder in meinem Räumchen, ne? In deinem Räumchen hier. Okay, einer folge mir. Ha, wie du gehst! Wohin? Da, da bist du! Oh! Oh, es sind verdammt viele im... Ich nicht. Ich bin jeder. Was macht der Roland hier drin? Okay. Also, es sind vier Leute in der Cafeteria. Ich denke, wir stellen einen in die Cafeteria ab, oder? Nicht. Äh, äh, nein. Wieso nicht? Ähm. Wieso? Wir rennen doch eh entweder danach jetzt zu den Knöpfen. Also, warte, stimmt. Man kann sich einfach runterstreuen. Dafür hockt in meinem Raum niemand. Das heißt, in dem Arztraum. So. Also. Also. Yannick. Yannick. Komm mit. Ich... 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 Ich gebe Yannick Romands Knopf, ne? Ey, ey, mein Knopf gehört mir. Wer von uns spielt Chains? Äh, Heiner. So, hier ist der Heiner da. So, hier ist der Heiner da. So, hier ist der Heiner da. An den dürfen die nicht dran. Wo? Ne, da. Ja, das geht an... Den bewacht aber Yannick. So, Yannick. Yannick bewacht den. Guck mal, wo hier in der Nähe einer ist. Und ich geh' zu Niklas. So. Hier ist Heiner. Wo... Wo sind die alle? Hallo Heidi. Wo sind die? Ja, in der Cafeteria sind die alle, ne? Was müssen... Was müssen wir denn hier machen? Kannst du die Kamera dann noch ausschalten oder macht jemand anderes das? Was ist? Komm, wo ist die? Du ne, du schaltest die Kamera aus. Hier die meine ich. Hier ist, hier in der Ecke ist auch noch eine. Hallo. Ja. Hier, sag du mal. Sam? 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 Hä? War da grad Sam? Nein. Ich hab... Ey, wer war das? Egal. Yannick. Yannick, du, du... Ey, Yannick, du hast jetzt zwei Camps, ne? Ja, ja. Ja, ja. So, Yannick... Worum, worum geht's denn hier bei dem Überfall? Ja, wir wollen jetzt, wir wollen die... F4D-Virus klauen. Mhm. Also, du erfährst das aber noch so. Yannick, äh, willst du in die Cafeteria rennen oder ich? Jo. Ich. Okay. Yannick, äh, Heiner, dann stell ich mal hier so hin. Und was muss ich machen? Heiner sorgt dafür, dass niemand hier hindurchläuft, ja? Du muss... Niemand darf hier in diesen Raum mit den Fahrstühlen. Ja, du musst einfach F drücken und zwar aus diesem Raum, aus dem Hauptraum darf niemand hier reinrennen. Nicht E wie Roman. F. Du musst einfach ganz auf F drücken, dann legen die sich auf den Boden, weil ich geh hier weg von diesem Panik-Knopf. Von wo, von wo dürfen die nicht hin? Von wo dürfen die wo nicht hin? Die dürfen von dem Hauptraum nicht hin. Von der Rezeption nicht zu dem Panik-Knopf. Ja, hier ist der Panik-Knopf. Aber, aber, und was ist mit dem Eingang hier? Ja, eben, ne, das, das mach ich, den mach ich. Okay, also einfach F drücken. So, Yannick, wenn du, wenn du, wenn du die Kameras ausgeschaltet hast, kannst du also zu Niklas Lachim in die Hauptraum hin. Nein, 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 stopp, stopp. Christoph, guck mal. Ja, Yannick sollte da stehen bleiben, weil, komm mal her, da wo Yannick steht jetzt, wo Yannick's Panik-Knopf ist, komm mal her. Ja. Hier ist nämlich ein Arzt. Der steht hier in seiner Patienten... Und innerhalb von sieben Sek... Den kann er kurz fesseln. Inhalb von sieben Sekunden müssen alle Kameras down sein. Richtig. Du machst gleich Kameras und fesselst den, ja? Ja. Ich muss keinen fesseln, nur am Boden hauen, ne? Du musst einfach nur am Boden hauen und versuch die Kameras zu zerstören als erstes, okay? So, warte. Soll ich die kaputt machen? Äh, ich kann nicht... Warte, wo ist denn noch eine? Achso, du hast ja, ja, du hast ja nur eine Schall genannt, du bist so. Hier ist noch eine. Ach, hier sind drei Kameras. Hier in dem Raum ist auch noch eine Kamera. Ja, die macht Christoph, die macht Christoph noch. Dann ist hier oben ist noch eine, hier oben ist noch eine. So, Heiner, guck mal. Hier ist noch eine, da. Ich mach dich an die Ecke. Was ist denn mit der da oben? Christoph, klappe zu. Heiner, du stellst dich hier an die Ecke. Hier. Was willst du denn? Was ist denn? Ja, hier, was ist jetzt? Du zerschießt diese Kamera... Ja? Okay. Warte, warte, die eine kann ich auch noch übernehmen, wenn es sein muss, wenn das für Heiner zu viel ist. Ne, ich nehme die drei einfach kaputt und den Rest am Boden schicken. Ja. Aber während ich die kaputt schieße, rennen die doch schon dahin. Naja, nein, nein. Direkt erst nach den sieben Sekunden dahin. Ah, okay. Okay, okay, okay. Okay. Also, du zerschießt die Kameras und streichst sofort die Leute runter. Okay. Ich zerstöre hier die drei Kameras. Ich zerstöre hier eine. Also, Heiner drei, Larema drei, ich hab eine, Janik hat zwei, dann passt das, ne? Mhm. Glaub ich auch, ja. Okay, wenn ich jetzt kein, kein Rechen fail, Legas, ne Legas ist Buchstaben egal. Drei, drei sind eins, sind sieben, ja sind neun. Okay. Bereit? Ja. F drücken. Okay. Drei, eins, go. Freis an, freis an, freis an. Ja, liegen hier alle am Boden. Bleib da, bleib erst da, die müssen erst mal, wow, wow, warte, warte, Janik, pass auf den Panikknopf auf bei dir. Ja. Der schießt weg alle ab, oh. Wo ist der hin? Äh, bei dir, Christoph, wo du eigentlich sein solltest. Oder? Nein? Hä? Hä? Bei mir liegen alle. Bei mir auch. Ja. Ich, ich, ich hab auf einmal einen Typ in der Cafeteria war auf einmal weg. Und ich, 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 ich denk der ist zu Janik irgendwie hin durch die Wand gebackt. Äh. Naja, scheiße. Passt schon. Der ist zu mir gekommen und ich hab den auf den erledigt, ich glaub er zu spät. Was, was sollen wir jetzt machen? Massaker, Massaker. Der hat sich durch die Wand zu Janik gebackt und Janik war gerade noch in dem Raum, um den Arzt zu fesseln. Sollen die alle killen? Ja, Massaker, ja. Sollen wir neu machen? Ja, ja. Einer hat ja keine Zeit das Spiel. Ja genau, einer, der kann schon mal rausgehen. Aber ne, dann bändet's ja die Aufnahme, wir wollen doch den Fail drin haben, oder? Dann können wir als Outtake nie bekommen. Ja gut, okay. Dann, dann, dann spiel ich erst ne Runde LOL und mute mich zu lange und meld mich nicht. Oder die werfen Janik raus und den Roman als richtiges beste Gäst mit. Das find ich ziemlich gut. Also mir ist das ziemlich egal. Massaker! Ja Leute, ich beende das hier mal, ne? Ja, schaut mal einfach nur mal neu. Ich bin noch, das weißt du. Ja, ich spende trotzdem. Nee, jetzt hau raus. Ja, ich hab... Ah, jetzt. Ja gut, dann müsstest du wieder ne neue Lobby aufmachen. Ja, dann mach doch. Ja, was denn da los? Ist offen. Gut, dann komm ich jetzt mal rein. Beitreten. Betreten. Chains. Nathilis versus Nathilis. Wie hieß der Flauschikazzi? Flauschikazzi 134. Hä? Ja, Roman, Roman, warte, ich schreib ihm kurz, dass er sich in Steam so umnennen soll. Sam ist aber echt online. Jetzt auf einmal. Ist doch egal. Das ist doch scheiss egal. Du bist schwul. Roman! Men, ich flausch die Kapi 134 bei Stiel. Und mach am besten noch so ein Kätzchen als Profilbild. Ja, okay. Es geht an so ein Roll und da muss Janik wahrscheinlich auch wieder ins Bett. wir haben schon nach sieben müssen mit beiden damit janik noch durch kann pistole brenner markt hat sich zuerst die kabelbinder aggressor das sieht gut aus die top den nehme ich mit ihr auf engen gelände dass man aus den sentry nein die gl 40 was ist das was gibt's an die hose warum ich kann mich damit ich gar nicht selber kennen du schaffst das schon klar ist glaubwürdig ich nicht januar einhaft was ab auch stimmt mani Ja komm du Hat der letzte mal So dann geh ich jetzt wieder an die gleiche Stelle wie eben Ja Warte wir gucken mal Zwei Leute sind drin Cafeteria ist aber leer Das heißt Hier sind zwei Ärzte Und die Kameras sind jetzt auch anders Hier sind noch zwei Kameras Die sind immer anders So Also Janik Du musst dich nur um die Zwei Ärzte kümmern Und die eine Kamera Zwei Kameras hat Janik Heiner Du musst gar nicht hier Du kannst Niklas Larim anders helfen So wie er dich braucht Ich habe hier Eine Kamera kann auch nur Diese eine Abschied Doch nur eine habe ich hier Hier sind vier Fünf Vier sind fünf Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Okay das ist viel Ich habe sechs da Ich habe eine hier Janik hat zwei da Also Ja Ich kriege drei hin Welche kriegst du denn Du kriegst die Also du kriegst die Du kriegst die da vorne Da hinten Und welche kriegst du noch Also du kriegst die hier vorne Die hier und die da vorne Drei Dann mache ich Also was muss ich dann machen Die beiden da hinten an der Wand Und die hier Heiner Oder Die hier ja Dann stellst du dich am besten hier hin Oder so Und die beiden an der Wand Hier hin Hier hin stelle ich mich Dann kann ich die und die zwei da hinten Ja du kannst du besser hier hin Dann kannst du nämlich die noch Aufs Stand-Out-Kampf Dann musst du dich kurz drehen Und dann Ja Und reißt du die Leute zusammen Ja Also in der Cafeterie ist niemand Das heißt ich kann Zwei muss ich hier fesseln Janik muss auch zwei fesseln Und dann Ich warte aber auf den Auf diese Leute Die bei mir hochkommen Und Janik kann dann zu euch kommen Ja Ja Janik muss erstmal die zwei Leute da fesseln Bei ihm sitzen Du zerfesselst deine zwei Leute Ja ich fessel die auch Okay genug Kommt in den Ast Ja hier sind Gott wie viele sind Vier, zwei, vier, sechs Acht Neun Äh Die können auch schreien oder? Zusammenschreien Direkt am Anfang kommt ja niemand bei mir Das heißt ich kann auch bei euch welche fesseln Ja ja Muss man fesseln? Ja sonst rennen die Spät Sonst stehen die später wieder auf Treffen zum Panik Knopf Das ist auch nicht so töpfte Also Bereit Ich bin Nick warte 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 Niklas ist noch nicht jetzt Ich bin in Position Ähm Okay 3, 2, 1 Go 3, 2, 1 Ja mal hier Ja nicht ist bei dir alles gut Ja ja Warum wachst du? Ist da hinten auch noch ein Alarmbutton? Ja aber neben ist Janik aber in der Area Nein Niklas da hinten ist da noch einer Nein ich glaube nicht Weil der ist gerade in die Richtung gerannt Ja da ist nichts Ich fessel dir Soll ich auch einen fesseln? Ich fessel die hier die hier Hinterm Tresen Ihr fesselt als erstes und ich halte sie unten Okay Okay ich hab jetzt keinen Kabelbinder mehr Wen soll ich fesseln? Fesseln einfach ohne weh Am besten hinter den Tresen die Ja Hinter den Tresen? Ja die sind direkt am Alarm Okay ich fessel mal hier der den Gang legt Der sieht so verdächtig aus Also ich bleib jetzt an den Aufzügen und an der Treppe Weil hier kommen die anderen ja hoch Ich mach hier Tastatur und so weiter Und Hier ist noch einer der hat noch keinen doch der hat auch Ja ich hab oh hier sind noch drei Leute Die kann ich auch noch alle fesseln Ja dann mach das Ich mach die Tastatur und so weiter Ich bin hier unser Techniker Was also okay Ist grad schlecht Später ich komm gleich Okay ich mach hier Tastatursachen Die Handik hängt da so in der Luft So wohin? Äh einfach hier rot rumlaufen Aber nicht nach da hinten Wohin? Nach hier den Gang Warum? Weil da nämlich Da müssen wir gleich hin Und dann können uns die Leute da sehen Dann geht der Alarm los Ja Janik könnte eigentlich zur totalen Absicherung Auch noch zu seinem Panikknopf gehen Das wäre Ich denke da ist ja Aus dem Kanal gleich steht Ja Wie so viele Geiseln die einfach Ja Janik muss außerdem Ja